Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Hi und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Woran erkennt man, dass Jasmin zu viel Geld hat? Richtig. Wenn sie einfach in dein Auto ein Zertifikat von einer Gucci-Brille lässt. Wird ihr eine kleine穴? Es ist eine kleine Style. Es ist eine kleine thought-Ausbildung. Nein, das ist eine kleine war. Je kle dart der rote dazu. centricEnɐ en die Hoge Kirchourg орstlos im snowen Mama Mia. Luigi! Das schneide ich, aber für das Gesicht da kann ich nichts. Hast du gerade meine Kamera geschlagen? Ja, bitte Fabio. Ja, ist ja okay, Mann. Au, aua, aua. Nein. Niemals. Au! Boah, ich schluss uns weh. Hilfe! Die Bara gibt's nicht weiter. Doch, Maus. Sag, dass du noch Pfappel bist! Baba, fang, Kudo. Ja. Jetzt fühlt sich das bei Nutella erstickt. Lachen kann nicht. Ja! Was sagen Sie? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hey, ich schluss aus! Ich schluss aus! Ich kann nicht schlitten! Ich bin fertig! 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 Wir haben heute einen Arme gebrochen. Direkt unter uns. Junge, kannst du... Leute, das ist das Krasse, was du... Habt ihr euch eigentlich helfen? Ich verstehe das nicht. Fack einfach nur ab. Alle facken ja ab. Das ist kein Entspannungsurlaub. Das ist es nicht. Es ist wirklich keine Entspannung zu los. Kannst du Ringe machen? Gib mal einen. Geh auf die Rezeption und bist da drauf. Das ist ja kein Bock mehr. Das ist es im Grunde. Oh nein. Oh nein. Wir gucken uns auf die Rezeption. Ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr. Applaus Hey! 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 Ey! Ey! Zeig mal, ja Doch den kenn ich noch ey Das war's für heute. Wie hat jemand sein Leben für YouTube verkauft? Die 5x 5x Box Also Ich brauche es ja ne Im Döner ist so geil Wie lange hast du dran gearbeitet? Zwei Tage bis jetzt Crazy Das kommt mir vor als ob das vor zwei Tagen wäre 2019 Was ein Jahr Was ein Jahr Es hat angefangen mit dieser Person hier Und es hört auch auf mit dieser Person Und deswegen möchten wir euch jetzt verkünden Dass wir die ganze Zeit verheiratet waren Nein 2019 Leute Es ist abnormal viel passiert Ich habe jetzt viele Sachen nicht reingetan Aber zum Beispiel Ich war noch in Dubai Ich war in der Türkei Italien Ich habe voll viele Sachen draus gelassen Das heißt ich habe echt viel gemacht Dank ihr Dank meinen Freunden Und auch dank euch Und dafür muss ich mich erstmal bedanken Danke an allen Danke für euch Danke für euch Vielen Dank an den Support Ich schwöre es ja Wenn ihr nicht meine Videos guckt Auch wenn ich nicht so viel verdiene Aber auch wenn ich nur tausend Leute erreiche Und damit zum Lachen bringe Das motiviert mich immer Jetzt stehe ich wieder gut da Das Ding ist Durch diese ganzen YouTube Videos Die man hat Vergisst man diese ganzen Ereignisse Ich glaube Hätte ich diese ganzen Dubai Vlogs nicht Oder Kai Vlogs Würde ich voll vieles einfach nicht mehr im Kopf haben Ja Das stimmt auch Ich glaube das nicht Aber wir gucken uns beide öfters Einfach die alten Vlogs an Weil wir uns einfach Das ist einfach lustig Einfach in diesem Moment Gucken wir uns die an Und denken wir Wie geil es wäre jetzt nochmal da zu sein Und ganz ehrlich Das was wir da erlebt haben Oder generell 2019 erlebt habe Das will ich auch irgendwie nicht ändern Weil genau das ist ja das was Was uns ausgemacht hat Wie wir auch gewachsen sind Und das geht ja an allen Leute Das was ihr gemacht habt in 2019 Ihr habt vielleicht etwas gelernt Oder ihr werdet jetzt noch Daraus lernen Einfach danke für den Support Danke Dass wir das alles erleben durften Ja das stimmt Und ähm Ich habe das schon bei Yassis Geburt Hat man gesagt Ähm Wie gesagt Ich habe wegen Yassi angefangen Sie haben halt den Mut Also den Mut gemacht Und gesagt Guck mal wie du gut ankommst bei den Leuten Erstens ein kleiner Applaus für dich Und Dankeschön an dich Aber ich muss auch meinen Freunden allen danken Die ähm Die jetzt nicht schon Ich habe mich irgendwie Eine linke Aktion gebracht haben Und irgendwie gesagt haben Nee Alter das schlösser eh nicht schaffen Jeder hat mir gesagt Du packst das Du kriegst das hin Und das bedeutet schon viel Also wirklich Vielleicht war es bei dir damals anders Aber mir war das so Einen großen Dank auch an Baris Der hat mir das Video Mit unsympathisch mit Sascha ermöglicht Und ähm Das war schon immer mein Traum Also was heißt ein Traum Aber seitdem ich YouTube gucke Und YouTube mache Also ich feier halt Sascha Deswegen war das auch sehr sehr cool Des Weiteren habe ich auch voll viele Leute kennengelernt Und ich mache diese Videos Um euch auch irgendwie mitzunehmen Ich weiß viele Leute Können einfach viele Sachen nicht machen Ich könnte eigentlich auch diese ganzen Sachen nicht machen Jasmin ermöglicht uns vielen Also Ryan, Sarah, mir Ähm Auch anderen Leuten Sehr viele Sachen Aber ich könnte die auch eigentlich gar nicht machen Deswegen Möchte ich euch Ich möchte das mit euch teilen Deswegen Seht ihr auch so viele Vlogs Vielleicht Fühlt ihr das mit mir Und Ja Ich hoffe 2020 Seid ihr auch alle dabei Und wir wachsen Und wir wachsen Und wir wachsen Ich hoffe ihr seid alle gut ins neue Jahr reingekommen Und ihr werdet uns 2020 genauso begleiten Wie 2019 Das alles mit uns erleben Wie 2019 Bis weiterhin habe ich auch 2019 Eine Frau gefunden Eine Frau gefunden Ich hoffe die begleiten mich auch durchs Leben Das macht sie momentan Ich hoffe ihr geht weiter Durch dick und dünn Ich habe mir 2020 viele Ziele vorgenommen Und ich hoffe ich kann die auch einhalten Ich habe 2019 immer geblufft Dass ich abnehme und dies und das Ich meine Fabi hat heute echt einen guten Start Mit zwei fetten Burgern Pommes Hey 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 Bis der Januar zählt nicht zu 2020 Ich melde mich auf jeden Fall diesen Monat an Und mein Bruder und ich und meine Freundin Wir gehen alle trainieren Und auf die Ernährung muss auch geachtet werden Ich fühle mich halt unwohl Deswegen muss was geändert werden Kommst du mit? Ja Nichtsdestotrotz Leute Wünsche ich euch allen einen schönen Tag Einen schönen Nachmittag Du hast auch immer Du hast alles Auch in 2020 Was auch immer Und wir sehen uns im nächsten Video oder Vlog wieder Das war's von mir Das war's von Jasmin Dankeschön Jasmin Danke Tschüss 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 Tschüss